So, moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Heute leider ohne Fabian, der kann heute leider nicht, dementsprechend muss ich das alleine machen. Ja, und deswegen habe ich ziemlich Schiss, muss ich ehrlich gestehen, weil ich bin alleine in diesem Raum hier und diesen Kopfhörern, das ist echt brutal, finde ich. Und dementsprechend mal gucken, wie lange ich komme, ohne auf Druck gehen zu müssen. Ja, also beim letzten Mal hatten wir, das kacktelefon, ja, ähm, der Cliffhanger war ja, wir gehen an das Telefon war ja in der nächsten Folge, das tun wir jetzt auch einfach mal. Also, Mia. Ist da eine Art Weg, um es rauszuhren? Wir brauchen eine Serum. Es soll sich alles, was das Ding ist, aus dem Körper, als ob du nicht zu weit weg bist. All right, so wo ist es? Wenn ich es nicht woanders war, hätte ich bereits lange weggezogen. Aber ich habe eine Gefühle, meine Mutter hat ein bisschen in der alten Haus geblieben. Also, wenn wir das Ding haben, kann ich helfen, Mia und wir können rauskommen? Ich lese ja nebenbei den Chat, also, ähm, das ist ja jetzt eine YouTube-Aufnahme an sich, aber, ähm, gleichzeitig screenen wir das auch, äh, auf Twitch. Ähm, ja, Cedric, Swarton, das will ich sehen. Ja, aber um zurück zum Spiel zu kommen, ähm, wir haben uns letztes Mal wirklich nur auf den Trailer hier beschränkt. Ich werde das jetzt mal versuchen, hier so ein bisschen zu erkunden. War an der anderen Seite verschlossen. Na dann. Oh, äh, Party-Light oder was. Pill. Eine Kloschüssel. Ich glaube, die bräuchte ich auch gerade, mit dem Kopf drinnen. Ist sehr gut. Uff. Allein schon die Schreigeräusche im Hintergrund, ey, ich kann kotzen. Ich weiß nicht, hört die das auch, äh, oder ist das so intensiv wegen Kopfhörern? Was ist das denn hier, eine Kirche oder was? Was geht natürlich auf. Baby-Po. Alter Schwede, ey. Vielleicht noch nie. Pits. Ja. Er ist... Er erzählt die Frage. Okay. Besser als nichts, ja, bestimmt. Ja, warum sollte man doch Muni hier vergolden, wenn... ...wenn man ein Messer hat? Hä? Irgendwie hab ich das Gefühl, dass man hier schon war. Ja. Hä? Wahrscheinlich nur mit der Flinte oder so, wa? Ja. Ja. Das war's. Ich find das gerade interessant, wenn ich das im Stream gerade sehe, dann sind die Farben normal. Wenn ich auf meinen Bildschirm gucke, dann ist es lila. Ja, was, wie kann man das sehen? Seht ihr, das ist lila hier. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, cool, das Lila ist weg. Ja, ja, Peter, hör auf zu heulen, dass ich ihn versuche rauszuschneiden, so, aber im Kontext hier. Kann allein nicht verwendet werden, okay. Was kombinieren? Scheiße. Ja, sonst nehmen wir einfach mal das hier. So, können wir sehen, wo Sachen rumliegen. Oh, Jesus. Schiebspulver. Inventar voll, ich werde wahnsinnig. Was soll das denn? Ich kann noch nichts herstellen. Dann wollen wir mehr. Dann kann man diese dicken Dinge eigentlich kaputt schießen. Das war sehr klug. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon alles durchgeguckt habe. Zu viel dazu. Ich habe mal eine Ahnung, was ich bei dem Scheiß machen muss. Scheiße. Ich schreit nach Heidem. Man braucht Skill, ja. Sehr schön. Okay. Das wäre wahnsinnig, ne? Ich schreit nach Heidem. Feuer, ja. Gut. Flammenwerfer. Wo soll ich jetzt einen Flammenwerfer herkriegen? Ach so, da hinten lag, glaube ich. Ach ja. Karte des Hauses, okay. Hier waren wir nämlich schon mal in dieser Vision, wollte ich gerade sagen. In dieser Aufzeichnung. Und da lag hier ein Flammenwerfer. Ein Stück von einem Flammenwerfer zumindest. Aber der hängt jetzt hier. Brennergriff. 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 Mit etwas anderem kombiniert werden. Ach so, eine Safe Zone. Cool. Mehr Objekte. Juuu. Und eine Truhe. Ja geil. Für Slots mehr. Backpacker. Juuu. Auf jeden Fall sehr geil. Braucht man den eigentlich noch, den Skorpionsschlüssel? Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ah ja. Okay. Ah ja, hier. Danke übrigens, Thomas, für diesen Tipp. Dililing. Dililing. Vielleicht einfach mal speichern. Kann ja nie schaden. Kennt alles vom Spiel, ja. Ich halt noch nicht. Mal gucken, ob Anzeige. Ehrlichkeit. Das ist schon deutlich besser. Da ist bestimmt jetzt irgendwas getriggert, oder? Das war doch in diesem Tape hier auch mit dieser Statue, oder nicht? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich was vergessen habe, hier. Ich bin wohl hier. Aber jetzt fehlt ja immer noch das zweite Teil von diesem Brenner. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich irgendwo irgendwas vergessen habe. Oh, das ist noch ein Tür. Oh, ja klar. Okay. 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 Fuck. Ach. Tada. Irgendwas habe ich jetzt bestimmt wieder getriggert. Ich habe schon gar keinen Bock, da hinten durchzulaufen wieder. Ach ja. Piu. 150 was. Ja. Klappt ja ganz gut, ne? Ja. Haa! Oh, wasser das? Oh, wasser das? Da kommen die immer wieder, oder was? Nein. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier herstellen können. Das ist für den Granatwerfer, sieht schon mal gut aus. Kann man den nachladen? Dö. Granatwerfer! Das ist ja doof. So. Spawn immer neue, aber... Okay, also es ist nur... Aber das Teil, diese... Wow. Ich glaube, ich sollte mal heilen, oder? Aber dieses dicke Ding kann man nicht kaputt machen, oder wie? Hallo? Gehst du auf? Oh, passt ja. Also diesen Beutel, ob man den kaputt machen kann? Das wäre jetzt halt die Frage. Ich glaube... Oh! Oh! Eh? Antike Münze, damit können wir doch wieder was schönes kaufen. Ethan? Ethan? Go ahead. Was? Wer hinter mir? Okay, das war der Bruder. Wurde dem nicht am Anfang irgendwie die Hand abgehackt, oder sowas? Hier können wir nicht durch, ne? Ah ja, okay. Oh man! Die Hand ist so... Ote, ey. Nix da! Wo ist rein, Muri? Aber wo ist sie? She is upstairs, go up Okay Oh, guck mal da Was war das jetzt? Oh Oh, nee, das kann nicht wahr sein Wird dir das auch dieses Gehuste? Ich habe das Gefühl, dass wir die Die Statue können wir da hinten an dem Projektor bestimmt benutzen, aber haben wir hier irgendwas noch übersehen? Ah, alter Schwede Okay Okay Oh, man muss dir nochmal Guten Tag sagen, wa? Oh, oh, steht jetzt... Oh, oh, okay. Okay, 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 nannanno. Nein, Tür zu, Tür zu, Tür zu. ok ok ich stelle die statue hier sie wird dafür bestimmt so das kann jetzt ein bisschen dauern weil ich bin in sowas echt scheiße echt schlecht bin ich in sowas mich würde es aber trotzdem noch interessieren was da hinten ist kann man die überhaupt umhauen er ist jetzt halt die frage ich rutsche mal hier durch und dann mal gucken was gleich passiert irgendwas verpassten dann ist es halt so was ist das blut ja gut das geht ja noch ich kann nicht mehr war eine pflanze kann man hier irgendwas mitmachen jenny du weißt doch immer so gut bescheid sag mal eben ob man da was man machen kann mit diesem seil da brauchen wir bestimmt den krenschlüssel für ja den haben wir natürlich nicht ich glaube ich sollte mich mal heilen ist auch geil einfach duschen gehen und zack schon geht es dir besser ist auch gut hier zwei slots frei aber mal runter gehen hier irgendwas passiert doch jetzt gleich oder ich glaube mehr ist hier auch nicht ne kurbel zack niedliches geräusch für dieses horrorspiel oh guck mal a bug's life das ist süß wie die explodieren weil die kurbel hier war benutzen gut da zack Untertitelung des ZDF, 2020